von Überraschung verfolgt Hilfe guckt euch an wie lange ich für die Hühner brauch oh Gott Hilfe danke ich brauch ich muss die Raketen nehmen weil ich mach so wenig Scham was soll ich bitte machen meine Waffe reicht nicht aus um hier den Hühner zu töten damit ich überleben kann ich muss sie taktisch töten sie so töten dass ich nicht durch die elektrischen Dinger fahren muss ok lecker ich hab Angst Mama rollender Ball und Küken yo 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 ich glaub's auch yo yo ich brauch Schaden ich wär gesund sterben Mama ich überlebe das nicht ich dachte grad ich wär gestorben eine andere Waffe Hilfe Alter dieses Spiel das macht mich seelisch fertig guck mal wie wenig Schaden ich den Küken sogar mache wo ich 33 Blitze hab holy shit auch die grüne Waffe die macht Schaden bitte gib mir die grüne bitte gib mir die grüne ich will die lilan nicht ich will die grüne haben Mama das grüne bitte oh man ich weiß nicht wie weit wir sind im Spiel wir haben's hoffentlich bald also einige Container okay so brauch' die nicht der König der Krabben Ja du wirf mich nicht mehr zu... jetzt wird scheiße. Ne. Aber du werf mich ruhig. Alles kein Problem. Oh mein Gott ist down. Oh ja Stärke. Mama das war so knapp. Oh Gott. Dieses Spiel. Dieses Spiel Mama. Die Krabbe. Bitte gehen sie. Bitte. Geh einfach. Oh. Hä? War mein Waffe nicht schon kaputt? Wie viel Hühner hat der bitte im Ding? Ah. Alter wie soll ich denn wirklich für siegen? Ich mach so wenig Schaden. Ich mach so wenig Schaden. Gottverdammt. Bitte geh weg. Oder du wirst so wenig Schaden in der Krabbe. Wo ist das denn? Oh oh. Bitte geh, bitte geh, bitte geh. 50% hab ich erst. Oh Mama. Ich möchte bitte nicht sterben. Oh ne. Oh oh. Okay. Okay. Naja. Aha. Oh Gott. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich möchte überleben. Ja, mach gut. Ja, danke. Ich muss ihm Schaden machen irgendwie. Das geht aber nicht. Oh, Mama. Hilfe. Oh Gott. Ich mach so wenig Schaden, das ist so krank. Ich falle das nicht mal die höchste Schwierigkeit. Es gibt noch eine Schwierigkeit drüber. Das ist noch schwerer. Und noch härter. Ah. Oh ne, Mama. Bitte gehen sie. Da mach ich mehr Schaden auf einmal. Nice. Ich mach ich glaube ich nur 0,5 pro Schuss. Okay. Ja, 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 ja. Nice. Oh, die Waffe, die hat mich gerade ein bisschen gerettet. Okay. Okay, nice. Die Krabbe ist tot. Oh, jo. Oh, jo. Hilfe. Hilfe. Oh, Mann. Voraus öffnet sich ein Portal. Ja, so ein Zufall. Oh, mein Gott. Komm, weiter. Easy. Wo gehen wir jetzt hin? Vielleicht da oben in die Sonne. Vielleicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Wo sind wir denn jetzt hier. Hör mal. Ah, ich verstehe. Ich weiß, wo wir sind. Okay. Dort ist etwas, was man nicht jeden Tag sieht. Ganz viele Spaceburger-Restaurons. Ja, da ist er jetzt. Es muss die Spaceburger AG Heimatgalaxie sein. Das Portal brachte uns in die Nähe ihres Hauptquartiers. Sieht aus wie ein Lagerraum für ihre neuen Verkaufsstellen. Nun, wie ihre Hypernex-Werbekampagne sorgt. Jetzt über 7 Milliarden Filialen. 1100 Galaxien. Es gibt immer ein Geschäft weniger als 10 Parsec von ihnen entfernt. Über 12 Billionen Burger werden jeden Tag serviert. Okay. Et cetera, et cetera. Wahnsinn. Es muss ein logistischer Alptraum sein, alle Filialen zu beliefern. Warte, das ist es! Was? Die Spaceburger AG muss eine Möglichkeit haben, um all ihre Filialen zu versorgen. Einschließlich die, der in der Milchstraße. Wahrscheinlich verwenden sie ein komplexes Netzwerk von Portalen. Alles, was sie tun müssen, ist das Richtige zu finden. Und wir sind kostenlos zu Hause. Okay. Hier kommt gerade ein Lieferungsdroide. Hey, na? 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 Hinterher. Okay. Spaceburger AG Hauptquartier. Okay, let's... Was, was machen wir hier eigentlich? Suche nach Wegweisern zu mir, Schrausse. Versorgungs-Versorgungs-Druiden. Okay, jetzt muss ich, ist das nicht Diebstahl? Also, jetzt muss ich, so als Frage jetzt. No. Lecker! So... jetzt wären ganz viele Filialen nicht beliefert werden können, weil ich, die Drohnen töte. Das tut mir leid, Space Burger AG. Okay, tut's mir nicht. Ich möchte einfach nur, keine Ahnung. Ah ne, das möchte ich nicht. Umgeben von Droiden. Überall Droiden. Oh nein. Und das möchte ich auch nicht. Das macht nämlich keinen Schaden, wie ich vorhin gemerkt hab. Ich dachte, das wär voll gut. Kommt so ne Scheiße. Okay. Komm, nächste Drohne. Komm. Okay, Sicherheits-Droiden-Patrouille. Ja. Ähm, tut mir leid. Äh, ich töte sie gerade alle. Sicherheits-Droiden würde vielleicht ein bisschen gefährlicher aussehen. Ich mein, wenn da so ein Typ wie ich kommt, was wollen die dann tun? Ja. Hey, nicht, nicht angreifen. Das ist nicht nett. Packordnung. IC 1101, mehrere Milchjahre entfernt. Okay. Ja. Gut zu wissen, dass er sich so gut im Weltraum auskennt. NGC, danke. Ich hab die Schnauze voll von heutigen Supernovas. Yo. Yo, übertreib halt. Jo, ja, mhm, mhm, mhm. Ja. 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 Ich verstehe. Alles kein Problem. Einfach durch. Und aufpassen, dass ich nicht sterbe. Gib mal den Schlüssel her. Danke. Oh. 88 Schlüssel. 88. UDF Y 381 355 39. Wer hat sich so etwas ausgedacht? Das freu ich mich auch. Nur, dass die Ersteller des Spiels waren. Glaube ich. Die Blasen kann man übrigens nicht zerstören, wollte ich nur mal sagen. Das sind unglaublich starke Dinge. So. oh wie soll ich die alle zerstören bitte? oh dieser eine Berger braucht nur 2 Ruinen für ich glaub es auch vor allem warum beschwert er sich dass er kein Essen bekommt? ich hab schon so viel gegessen heute hier in diesem Spiel komm schon sauber Karriere Medaille ok Centaurus auch näher kommt ja oh ganz viel Essen weg oh ja oh nein nicht in die Dinge pflegen sonst sterbe ich ja ok ok krass wir haben noch ein Schlösser Andromena Galaxie ja das ist unsere unsere Nebengalaxie bis auf wir so schnell da hinfliegen defack nein ich bin so doof ich bin so doof ich bin so doof Leute ich bin so doof ich hab überhaupt nicht gepeilt dass die Berger da da fliegen ja komm steht doch einfach jetzt 37 das geht noch das geht noch ok ok und jetzt und jetzt jetzt kommt er der städlernde Chef ja werf ruhig mit Zwiebeln und Bären die eigentlich gar nicht auf die Burger kommen aber ist das ein Koch und kein Chef als ob der Chef selbst kocht wo sind wir denn hier ja 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 natürlich weil ich das ja so schnell bekommen konnte ja einfach drauf komm die Schwierigkeit ist echt nicht zu unterschätzen danke danke Mama danke drauf bitte nicht ne ich brauch das Berger nicht aber b ruft da ist der Film und zurück von von Spetsger zu bequem das Wort vom Monat Show mit Spetspornow und und dasوس ok